Glück auf meine Lieben und herzlich willkommen zu meinem neuen Video über unseren Miniurlaub im Zittauer Gebirge. Hier gibt es ein paar Tiere aus dem Zittauer Tierpark, den Berg Eubin und die Festung Königstein. Viel Spaß beim Video! Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 Und hier sind wir dann auf der Festung Königstein. In der schönen Sächsischen Schweiz mit verstecktem Bunker, wo man leider aber nicht mehr reinkommt. Und hier sind wir dann auf der Festung Königstein. So, und jetzt hoffe ich, dass euch das Video gefallen hat. War zwar nur ein kurzes Video. Und wenn ja, lass doch einen Daumen nach oben da und ein Abo, würde mich sehr freuen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss!